Wie viel war's denn? In der Tasche, meine ich. Hunderttausend. Was? Hunderttausend. Sag ich ja, vertrauen's dir. Ach du Scheiße. Süß, das hab ich gewusst, dass dir jetzt auch nichts mehr einfällt. Ich hab dir immer gesagt, eines Tages, da passiert was, da weißt auch du keinen Ausweg mehr. Und nicht erst, wenn du stirbst, das kommt viel früher. Aber du wolltest mir ja nicht glauben. Jetzt stehst du da von wegen Liebe kann alles, aber nicht in 20 Minuten, 100.000 Mark herzaubern. 20 Minuten? Ja, 20 Minuten, Lula. Ja, Ronny hat gesagt, um 12 Uhr am Wasserturm, gleich hier um die Ecke, in 20 Minuten. Du musst abhauen, Manni. Ach komm, vergiss es. Wieso denn? Die finden mich. Ronny kriegt jeden und zur Not bist du dran. Na und, ich komm mit dir. Mann, Lula, in 20 Minuten kommt Ronny und dann ist Schluss, dann land ich auf einem Möcke und an einer Scheiß. Aber wieso denn? Du weißt doch jetzt auch nicht weiter. Hunderttausend, Lula, die treibst du mir auch nicht auf. Der macht mich fertig und dann werde ich ein kleines Häufchen Asche sein und in hunderttausend kleinen, beschissenen Aschekörnern, die Spray runter bis in die Nordsee glückern. Und es ist ein scheiß meine Geschichte. Ich weiß doch, wie sowas läuft. Da gibt es nichts, was du machen kannst. Asche, Klappe! Ah! Ah!